Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Das Thema Sanktionen Hartz IV ist ein parlamentarischer Dauerbrenner, den die Linke, auch heute wieder Frau Kipping, meistens damit begründet, dass er gegen die Grundrechte verstößt. Ich will vielleicht einige grundsätzliche Ausführungen zu dem Thema Grundrechte und Menschenrechte machen, um unsere Haltung zu präzisieren. Menschenrechte sind vorstaatliche Rechte. Für diese Erkenntnis muss ich kein Vertragstheoretiker sein oder in dieser Tradition stehen. Das ergibt sich schon durch einen Blick in unsere Verfassung. Zuerst kommen die Menschenrechte, dann die Ausführungen zu den staatlichen Organen. Der Staat erhält seine Legitimation am Schutz der Menschenrechte. Wenn ich allerdings darüber nachdenke, was in einem vorstaatlichen Zustand überhaupt Rechte begründet, dann kann es nur eine Antwort geben. Die Tatsache, dass es Pflichten gibt, vornehmlich die Pflicht, die Rechte anderer zu achten, als Voraussetzung dafür, dass auch meine Rechte geachtet werden. Rechte und Pflichten sind also untrennbar miteinander verknüpft, aufeinander bezogen. Ohne Pflichten keine Rechte. Der Philosoph Otfried Höffe spricht in diesem Zusammenhang von einem transzendentalen Tausch, der aus der wechselseitigen Anerkennung der Menschenrechte als rechtsmoralischer Anspruch entsteht. Reziprozität ist ein Schlüsselelement dieses Kerns der Menschenrechte. Freilich, die Menschenrechte haben noch einen zusätzlichen Aspekt. Sie gelten auch dort, wo keine Reziprozität geleistet werden kann. Wenn wir diesen Gedanken weiterführen und auf das staatliche Handeln übertragen, dann ergibt sich daraus, der Staat schützt die Rechte der Menschen, die sie im vorstaatlichen Zustand haben, und zwar sowohl die, die durch den rechtsmoralischen Anspruch des Tausches zustande gekommen sind, als auch diese, bei denen wir Reziprozität nicht erwarten können. Konkreter formuliert, ist eine Person nicht handlungsfähig, verliert sie auch nicht ihre Menschenrechte. Bei unserer Debatte ist die Lage freilich diese. Der Hilfeempfänger nach SGB II ist nach unserem Verständnis zur Reziprozität in der Lage. Den Ansprüchen, denen er gegenüber der Gemeinschaft als Rechte geltend machen kann, entsprechen Pflichten aus dem ursprünglichen, dem rechtsmoralisch begründeten Tauschverhältnis. Verstoße ich gegen diese Pflichten, hebe ich selbst den engen Zusammenhang von Rechten und Pflichten auf, die Pflicht zur Hilfeleistung erlicht, aus meiner Sicht durch einen Verzicht. Herr Kollege, das ist der Kern der Debatte, den wir heute führen. Kann ich Rechte geltend machen und gleichzeitig die damit einhergehenden Pflichten außer Kraft setzen? Wir meinen Nein, denn damit wird ein Grundprinzip der Menschenrechte im Kern berührt, nämlich das der geschuldeten Reziprozität dort, wo sie geleistet werden kann. Den Bezug von Leistungen nach SGB II sanktionsfrei zu stellen, heißt damit, ein schon naturrechtlich begründetes wechselseitiges Bedingungsverhältnis zugunsten der Rechte zu suspendieren. Ich fürchte, dass eine solche Forderung nicht nur die Idee der Menschenrechte selbst beschädigt, sondern vor allem die Voraussetzungen gesellschaftlicher Solidarität untergräbt. Überdies entspricht ein Menschenbild, das nur Rechte, aber keine Pflichten kennt, nicht dem Meinen. Es wäre ironischerweise ein Menschenbild, das in einem beinahe darwinistischen Individualismus endet, den nicht einmal die Erben des politischen Liberalismus vertreten. Dies aber, meine Damen und Herren, müssen die Erben der postsozialistischen Tradition mit sich selbst abmachen. Ich erteile das Wort zu einer kurzen Version dem Kollegen Streckmann von der AfD.